Und ich dachte noch, vielleicht sollte ich aufhören. Das waren keine Granaten. Okay. So ein Dufestenscheiden. Zieh. Oje. Sorry. Ich denke, dass das noch weit anfällt. Ich glaube, ich schiele oder so. Ich dachte, du hast ja versucht gerade, aber... Ich wollte gerade das Zeh nochmal anvisieren, nur dann bin ich abgelenkt. So, da rein. Das ist, wenn ich mich beobachtet fühle, dann wird das nix. Aha. Ich muss nicht betrunken oder so, ne? Nein. Na dann ist ja gut. Dann war ich noch schlimmer. So, jetzt muss ich hier nämlich wieder das Ziel angewiesen. Okay. Vielleicht da langfangen. Okay, Achtung, Achtung. Hier oben warten. Da kommt die ekle Spiele. Ja, genau. Ach, das ist nicht hier, ne? Ach, da kommt der Löffel. Aber hinstellen hier auf die Straße und wir schießen die Fahrer ab jetzt. Ich hab'n Beifahrer erwischt. Schon mal was. Oh. Ich wollte ihn haben. Oh, fahr mir noch ein. Ich soll jetzt davor ihm bleiben. Ich soll den nicht zerstören. Wow. Das ist doch mal... Also, wenn du jetzt dich erwischst, du wirst dich an. Was geht? Ist tot? Oh, Vorsicht. Ich hab' nur ein paar Beulen reingefahren. Ich hab' überhaupt keine Waffen mehr. Ich hab' überhaupt keine Waffen mehr. Ich hab' die Böse... Ich hab' auch keine Waffen mehr. Hä, was macht der denn? Schießt du? Ja Auf wen überhaupt? Den Beifahrer Den Beifahrer? Na, links Also ich hab den einer erwischt und der andere liegt auf dem Boden Wir qualmen so ein bisschen, oder? Hm? Wir qualmen so ein bisschen Hm Nein Eigentlich siehts gut aus Wow Das ist aber auch schon wieder voller Slack Der Bus ist grad irgendwie gesprungen Also ich denkst, ich seh auch keinen Gegner Ich seh, ich fühl nur die Schüsse irgendwie Achso, okay Jetzt ist alles weg Wer schießt denn da? Jetzt seh ich auch nix Ach da Der ist tot Schießt du auch? Warten zu mal Wie machst du das? Schießen und fahr Wir müssen Angst, weil wir extrem dampfen Also Ja, vorne, ja Aber der tanzt so gut aus Das Ding ist, ich hab nur ne normale Knarre, deswegen Nicht so einfach Lennst! Geschafft! Juhu! Sehr schön. Jajaja! Wow! 10.000! Was? Ein Kill? Das stimmt nicht. Und der Zähler ist falsch. Man kann diese Eile nicht so schön Jahre lang im Kopf.